Teheran hat eine neue Rakete vorgestellt und dabei ganz unverhohlen dem Westen und vor allem Israel gedroht. Die Koram Shah 4 soll sich angeblich auch feindlich im Radar entziehen können. Der Iran hat die neueste Version seiner mit Flüssigas betriebenen balistischen Rakete vorgestellt. Das Regime in Teheran veröffentlichte undatiertes Videomaterial, das angeblich einen erfolgreichen Start der Rakete zeigt. Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani sagte, die Koram Shah 4 könne innerhalb kurzer Zeit für den Start vorbereitet werden. Sie habe eine Reichweite von 2000 Kilometern und einen 1500 Kilogramm schweren Sprengkopf. Während der Präsentation stand die Rakete auf einer Abschussvorrichtung, die auf einem Lastwagen montiert war. Eine der herausragenden Eigenschaften dieser Rakete ist ihre Fähigkeit, sich der Radarerfassung zu entziehen, sagte der Minister. Sie sei in der Lage, gegnerische Flugabwehrsysteme zu durchdringen und könne verschiedene Gefechtsköpfe für unterschiedliche Missionen verwenden. Miniatur-Modell des Felsendoms an Abschussrampe Die Demonstration erfolgte vor dem Hintergrund regionaler Spannungen. Neben der mobilen Abschussrampe stand ein Miniatur-Modell des Felsendoms auf dem Tempelberg in Jerusalem, einer sowohl im Islam- als auch im Judentum heiligen Städte. Der Iran betrachtet Israel als seinen Erzfeind und bewaffnet anti-israelische militante Gruppen in den palästinensischen Gebieten. Die neue Rakete wäre in der Lage, Israel zu erreichen. Westen sieht Bedrohung für Nahen Osten und Golfregion. Der Westen sieht im iranischen Militär- und Raketenprogramm eine Gefahr für den Nahen Osten und die Golfregion. Die Führung in Teheran weist das zurück und behauptet, dass es in erster Linie der Verteidigung des Landes diene. Die Koram-Schar 4 ist nach einer iranischen Stadt benannt, die während des iranisch-irakischen Krieges in den 1980er Jahren Schauplatz schwere Kämpfe war. Die Rakete wird auch Kaiba genannt, nach einer jüdischen Festung, die im 7. Jahrhundert von den Muslimen erobert wurde, im heutigen Saudi-Arabien. Es bleibt jedoch unklar, warum der Iran die Rakete Koram-Schar 4 nennt. Öffentlich sind nur zwei andere Werte.